Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüber zieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Was uns weitermachen lässt. Was tut es nicht? Oh. 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 ARD Text im Auftrag des WDR 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 Reyes! Hilfe! Runter! Ich muss runter! Oh, das könnte jetzt wehtun. Oh, das wird jetzt wehtun. Oh, das wird jetzt wehtun. Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Nein, nein! Was ist das hier? Was ist bloß passiert? Das war laut. Oh nein, er muss mich gehören. Oh, verdammt! Oh! 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 Ich stehe! Ich stehe! Komm zurück! Komm zurück! Ich will dir nur helfen! Das war ich da. Ich will dir doch nur helfen! Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Ich will dir nur helfen! Komm zurück! Komm zurück! Mmh! Shh! Ich teine woo, dann! Boah! Das ist wieder einfach… Lassen rein! müssen wir zu spielen! Lassen близ Mortание aus! Das ist nun die zweiten Heldruhe. Mehr vorher. Zum Glück. Was ist das denn für ein Ding? Oh nein, das ist das Ding. Ah! Das Ziel wird mit der Pfund reingespült. 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 Okay. 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 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns. Mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autorin Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung. Zwei Doktortitel, einen in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel, ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck lang? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Ach, Sie wollen da tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rum zu jammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Oh Gott. Armer Kerl. Oh. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Ich bin der Kapitän. Ich habe das. Ich weiß nicht, ob das Ding noch funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Ross gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Und zur Leidenre. Die Kaffee sind in der Stärke. Oh, 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 oh. Okay, zurück zum Lager. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Oh! 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Robert Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Ross! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hierbleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick daran besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben? Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Wo fange ich an? Musik? Musik? Wo fange ich an?